Jetzt gehe ich einfach in die Notaufnahme und lasse mich auf den Boden fallen und sage, ich kann nicht mehr, ich weiß auch nicht, was ich habe, ist mir auch scheißegal, macht jetzt irgendwas mit mir, gibt mir Medikamente, legt mich ins Bett und macht irgendwas. Herzlich willkommen in 1LiveStories, Kurt Krömer. Ja, moin, danke für die Einladung. Du schreibst über deinen Weg, der ganz lange dein privates Geheimnis war, dieser Weg, den man jetzt eben zu großen Teilen nachlesen kann in diesem Buch. Du schreibst über Alkoholsucht, du schreibst über Impotenz, du schreibst darüber, wie es auch in dieser Zeit war, Kinder zu erziehen und als alleinerziehender Vater zu leben. Und du schreibst darüber, wie es war, in einer bestimmten Zeit auch so normale Sachen wie Einkaufen oder so gar nicht mehr so richtig hinzubekommen. Und über all das werden wir hier heute zusammen sprechen. Kurt Krömer ist zu Gast in 1LiveStories. Lass uns mal direkt rein, dass man vielleicht so ein bisschen den Verlauf von all dem versteht, über das du hier schreibst. Wenn du jetzt mal den Verlauf deiner Depression so in die Luft malen müsstest als Kurve oder als, ich weiß nicht, ob es eine Kurve ist, aber wie würde das aussehen, wie ist das Verlaufen, in welcher Form? Ich würde sagen, die ersten 28 Jahre in so einer leichten Wellenform und nach 28 Jahren ging die Kurve dann wirklich steil hoch. Also wo du sagen kannst, nach 28 Jahren hat die Depression ihren Peak erreicht. Du unterscheidest ja zwischen leichter, mittlerer und schwerer Depression. Also bei einer leichten Depression würde das ausreichen, wenn du einmal in der Woche eine Gesprächstherapie machst. Wenn du eine mittlere Depression hast, dann musst du einmal in der Woche eine Gesprächstherapie machen plus Antidepressivum. Und bei einer schweren Depression bist du wirklich lebensunfähig. Also das heißt, du musst sofort in die Klinik, kriegst sofort Medikamente und wirst sofort therapiert täglich. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, also diese kleinen Wellen und dann dieser Peak und dann so ein Zeitstrahl darunter, wo würdest du denn Höhepunkt runterschreiben, an welchem Punkt beziehungsweise dann ja eher Tiefpunkt? Also wann war so dieser Peak bei dir erreicht zeitlich? Also das war zwei Jahre vor der Klinik ging es los und dann, ich habe jetzt die Zeiten gar nicht mehr im Kopf, ich war 2020 in dieser Klinik. Dann war im September, also im September habe ich angefangen, dann kannst du sagen, war so im Juni, Juli war wirklich die Phase, wo ich dachte, jetzt gehe ich einfach in die Notaufnahme und lasse mich auf den Boden fallen und sage, ich kann nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was ich habe, ist mir auch scheißegal, macht jetzt irgendwas mit mir. Gibt mir Medikamente, legt mich ins Bett und macht irgendwas, weil ich wusste das ja nicht. Ich wusste ja 30 Jahre lang nicht, dass das eine Depression ist. Und ich kann mir das jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, natürlich irgendwie vorstellen oder glaube, dass ich es mir vorstellen kann, aber für alle anderen kannst du mal beschreiben, wie es dir in dieser Zeit ging, also wie schlimm die Depression bei dir war an diesem Punkt, wo du sagst, okay, das war vor der Klinik, als du in die Notaufnahme gehen wolltest und da war dieser Peak. Ich habe so im Sommer 2020 halt gemerkt, dass ich morgens aufgestanden bin und mich eigentlich sofort gefragt habe, wann ist eigentlich wieder abends, also wann kann ich mich wieder hinlegen. Also ich bin gar nicht richtig rausgekommen. Ich hatte so eine Phase dann im Sommer, wo ich in meinem Garten lag irgendwie und mich so gefühlt hat, als wenn ich im Sanatorium bin, also wie so ein Rentner halt. Ich habe nur noch das Nötigste geschafft, dass ich mir was zu trinken geholt habe, dass ich auf Toilette gegangen bin, aber ansonsten habe ich halt acht Stunden im Garten gelegen. Und dann ist das so körperlich, ich muss dir vorstellen, dass du querschnittsgelähmend bist, also du liegst da, du kannst die Augen vielleicht noch bewegen, aber du kommst mit dem Körper nicht hoch, aber der Geist ist halt voll da. Also dass du im Garten guckst und denkst, naja, da müsste ich mal was machen, hier müsste ich mal was tun und du kriegst das aber nicht hin, du kriegst das nicht in Zusammenhang, dass du sagst, die Hecke muss wesentlich beschnitten werden, irgendwie stehe jetzt auf und mache das. Also da würdest du sofort denken, nee, schaffe ich nicht, jetzt muss ich extra dann diese Schere da holen, dann schneide ich das ab und dann muss ich den Rechen holen, dann muss ich das halt wegmachen, dann muss das auf den Kompost und so. Also dass du da schon so katastrophisiert hast und bevor du aufgestanden bist, hast du das alles schon, also hat die Depression das alles kaputt gemacht. Also dieses Katastrophisieren ist so dieses, man nimmt sich eigentlich so ein ganz kleines Ding, wie zum Beispiel eben Gartenarbeit oder Mittagessen kochen oder einkaufen gehen und dann wird das aber in deinem Kopf zu so einer großen Sache, dass du das Gefühl hast, du kannst da keine Lösung für finden. Also die Depression macht das dann schlecht, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wäre schwer depressiv und hätte jetzt dieses Interview heute mit dir, dann hätte ich schon vor zwei Tagen, glaube ich, gedacht, ach Gott, das wird bestimmt scheiße, dann redet die über das Buch oder dann wird die fies oder die stellt irgendwelche doofen Fragen und dann würde ich das schon in Frage stellen. Dann würde ich schon denken, ich glaube, ich sage das ab, ich glaube, ich rufe die an und sage, ich bin irgendwie krank oder ich habe keinen Bock oder weiß ich was. Also ich würde, die Depression würde das alles schlechtreden. Ich muss hier hin, du bist dann doof zu mir, dann streiten wir uns oder so, dann geht das vor Gericht, ich verklage dich, weißt du, also alle zu Sachen, die man im Vorfeld ja nicht weiß. Also kann ja passieren, dass wir uns jetzt hier streiten, dass ich vor Gericht gehe und sage, also das war ja richtig kacke. Aber wenn du Sachen im Vorfeld nicht weißt, dann lass dich ja drauf ein. Also ich gehe hier hin, ich kenne dich nicht, ich kannte dich davor nicht und jetzt bin ich hier und dann werde ich schon sehen, was hier passiert. Und Depression heißt halt, dass du katastrophisierst, also dass du wirklich dir die Hölle ausmalst für das, was kommen könnte. Was ja total krass ist, wenn man das jetzt so hört und dann guckt, was du in der Zeit noch alles weggerockt hast, so arbeitsmäßig. Also du warst ja ganz kurz vor der Klinik noch auf der Bühne und hast hier in Berlin Shows gespielt. Du hast zwischen deinen beiden Klinikteilen eine Staffel Schickrümmer aufgenommen. Du hast LOL gedreht unter Beruhigungstabletten. Wie hat das funktioniert, dass du zu Hause so gelähmt warst, wie du das gerade beschreibst und dann aber auf der anderen Seite das beruflich irgendwie nach außen hin niemand bemerkt hat? Weil du dann schon so Momente hast, wo du sagst, jetzt muss ich. Also ich muss ja morgens aufstehen und die Kinder zur Schule, die fertig machen, Brote schmieren und so und zur Schule schicken. Ich muss Hausaufgaben machen, ich muss auch Abendbrot machen. Ich kann nicht über drei Monate sagen, Papa kann nicht, es gibt nichts zu essen oder so. Du musst auch einkaufen. Also die Sachen, die du machen musstest irgendwie, die haben auch geklappt. Wenn ich jetzt wusste, ich muss morgen nach Leipzig und muss da auftreten, dann bin ich nach Leipzig gefahren, meistens schon einen Tag vorher. Hab den ganzen Tag im Bett gelegen, auch an dem Tag, wo ich gespielt hab, bin ich dann aufgestanden und weiß ich, morgens um acht und hab dann im Bett gelegen bis zur Abholung. Dann wusste ich, also ich muss jetzt hier nichts machen, ich muss nur für zwei Stunden irgendwie auf der Bühne klappen. Und das hat funktioniert, aber unter einer großen Qual, weil du natürlich keinen Bock hast, acht Stunden im Bett zu liegen in Leipzig irgendwie und darauf zu warten, dass es abends knallt und du auftreten kannst. Und vor allem hast du ja zu der Zeit nicht gedacht, okay, ich bin krank, das ist die Depression, sondern du schreibst im Buch, du hast gedacht, vielleicht bin ich einfach ein Arschloch. Ja, weil du natürlich... Oder faul oder nicht wertig oder so, woher kamen solche Gedanken? Also wenn du, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich stehe morgens auf um sechs irgendwie und die Kinder sind dann um acht in der Schule und man liegt dann halt die ganze Zeit im Bett. Also ich hab dann bis 14 Uhr im Bett gelegen, ohne dass ich mich geduscht hab, ohne dass ich mich angezogen hab und hab halt so meine Probleme gewälzt und entklingelte das halt an der Tür. Die Kinder waren wieder da und dann denkt man halt, du liegst den ganzen Tag mit deinem faulen Arsch hier im Bett irgendwie und kümmerst dich nur um dich selber. Das waren ja meine Probleme, die ich hatte, das waren ja nicht die Probleme der anderen. Und dann hat das schon so was Ego-Manisches, also ich, 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 um was geht's heute wieder? Heute geht's wieder um mich, morgen geht's um mich und übermorgen geht's auch um mich. Und dann denkt man halt, du bist echt, du bist eine faule Sau und du bist vor allem schlechter Vater, weil du musst dich doch um deine Kinder kümmern und, 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 und nicht sich da halt den ganzen Tag um sich selber kümmern. Wir sprechen gleich noch genau darüber, wie du da rausgekommen bist. Jetzt springen wir als erstes mal an dem Punkt, an dem du das Ganze öffentlich gemacht hast. Das war ja kurz nach der Klinik oder beziehungsweise sogar ein paar Monate nach der Klinik, ne? Also ich bin, ich hab dieses scheiß Zeitenkrieg immer nicht hin. In 2020 war ich in der Klinik, dann war die Staffel mit Thorsten Sträter fünf Monate später, im März, glaube ich, 2021, ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, da ging's dir ja dann so gut wie es schon sehr, sehr lange nicht nach dieser Zeit, nach dieser Klinik. Da wäre es ja jetzt ein einfaches gewesen zu sagen, okay, es hat bisher niemand mitbekommen und jetzt geht's mir auch wieder besser. Jetzt kehren wir diese Zeit und dann tappe ich, jetzt hole ich die nicht nochmal raus. Warum hast du dann gedacht, okay, ich tue mir das an oder ich gehe diesen Schritt und ich gehe damit jetzt ganz raus und zwar in meiner Sendung? Weil sich so viel aufgestaut hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Mann deines Lebens gefunden hast, du hast ja heiratet in Los Angeles und da waren weiße Pferde und da waren Tauben und alle deine Familie waren da. Oder der Mann hat dir einen großen Ringgeschenk plus ein Schloss noch und einen goldenen Maibach. Hast du so viele Sachen und ich frage dich denn, wie geht's dir? Und du sagst, ja, mir geht's ganz gut. Weißt du, also du, das war jetzt positiv. Kommt drauf an. Ich wünsche dir sehr, dass dein Mann das mit dir macht. Aber bei mir war es halt so, da hat sich so viel angestaut, dass du mich in den fünf Monaten, wo ich draußen war aus der Klinik, wenn du mich gefragt hast, wie geht's dir? Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte halt einen Monolog gehalten von drei Monaten so und hätte dir das halt erklärt. Also für mich war, in meinem Kopf war nichts anderes mehr als diese Klinikzeit, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Alles war gut. Ich war auch so, also ich war leicht high irgendwie. Das war wie unter Ecstasy irgendwie. Also du bist halt total euphorisch, weil du auf einmal dein altes Leben wieder zurück hast. Und ich war auch komplett überfordert irgendwie, weil ich gemerkt habe, ich habe ja jetzt alle Möglichkeiten. Ich kann alles machen. Also ich kann mir was überlegen und ich habe da Bock drauf. Ich habe die Möglichkeiten dazu. Und da war Fakt irgendwie, nee, ich muss damit. Ich muss reden. Das ist so das, was ich auf der Bühne mache. Wenn mich was privat sehr, sehr interessiert, dann erzähle ich davon auf der Bühne. Also das ist immer, mich beschäftigt was, ich gehe damit auf die Bühne, mache daraus eine Geschichte, die Leute lachen darüber. Und der Kern an sich von den besten Nummern, die ich jemals gemacht habe, das ist immer, das war immer echt. Das waren immer authentische Geschichten. Also eine Art Künstlerventil. Du bist ja auf dem Cover nackt, also angedeutet nackt, oben rum. Also ich hatte eine Hose an. Ja, das habe ich mir gedacht. Du schreibst auch im Buch, dass sich das für dich anfühlt, wie einmal komplett blank ziehen. Ja. Und das merkt man auch beim Lesen. War das für dich die logische Konsequenz, dass so ein Buch kommen muss, nachdem du das dann da mit Thorsten Schreter öffentlich gemacht hast? Oder war das eher so ein, man musste dich so ein bisschen überreden, du hast Pro-Contra-Listen gemacht, du hast gehadert, keine Ahnung, hast andere Leute gefragt. Und war es dir dann nicht so sicher, bis du irgendwann gesagt hast, okay, komm. Naja, ich habe nach der Sendung mit Sträter, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Nachrichten bekommen auf allen Kanälen, auf Insta, auf Facebook, per Post auch handschriftlich, per Fax sogar. Aber da habe ich gemerkt, die Leute haben so viele Fragen, dass ich nicht sagen konnte, irgendwie die Sendung mit Sträter. Also wenn man die Sendung guckt, die Sendung bei mir sind immer 30 Minuten und ich habe ja erst nach 10 Minuten angefangen, darüber zu reden, weil ich natürlich auch Angst hatte. Ich hatte Angst davor, was jetzt passiert irgendwie. Und von daher haben wir ja nur 20 Minuten in dieser Sendung über Depression gesprochen und dann habe ich gemerkt, das ist halt viel zu wenig. Also ich hätte jetzt, ich glaube, zweieinhalb Stunden irgendwie mit Sträter reden können und man hätte immer noch gesagt, das ist zu wenig. Ich habe noch so viele Fragen und da ich diese Fragen alle nicht beantworten kann, dachte ich, dann schreibst du die Geschichte mal komplett auf, sodass ich jetzt immer sagen kann, wenn du eine Frage hast, kauf dir das Buch oder hör dir das Hörbuch an. Das hat schon Überwindung gekostet, weil ich wusste, wenn du die Geschichte aufschreibst, dann wird die natürlich traurig. Die wird doch unangenehm, die wird doch unheimlich intim. Und dann dachte ich aber, in der heutigen Zeit, wo jeder sagt, komm mal vorbei, wir machen mal so einen richtig schönen Real Talk, wir sprechen mal so richtig ehrlich. Da merke ich immer, wie inflationär Begriffe benutzt werden, wie Real Talk oder lass mal ehrlich sein. Also ist das für dich purer Real Talk? Ja, wo ich gesagt habe, also wenn, dann richtig. Ich hätte jetzt auch so unangenehme Sachen rauslassen können, wie Impotenz oder so. Und das wäre jetzt nicht aufgefallen. Da hätte keiner gesagt, das fehlt mir aber, das Thema, so, weil das je nach Schweregrad der Depression halt, bist du impotent dann oder nicht. Das Schwierigste an dem Buch war eigentlich das Thema mit den Kindern, so, weil ich nie über meine Kinder gesprochen habe und auch nicht über meine Kinder sprechen möchte, so. Aber für die Geschichte, um ehrlich zu sein, war es wichtig, dass ich zumindest sage, ich habe vier Kinder, aber ich nenne nicht die Namen, ich nenne nicht die schlecht und ich verkaufe da keine Geschichten meiner Kinder. Ja, aber, ja, für die Schwere, für die Dramatik des Buches irgendwie. Ja, und für die Vollständigkeit der, damit man das vielleicht auch versteht. Weil wenn du jetzt Single bist und du hast keine Kinder und du bist depressiv, dann ist das schon schwer genug, so, ne. Und, ja, ich hätte da rumtricksen müssen, ich hätte in dem Buch auch lügen müssen, wenn das irgendwie in Richtung Kinder kommen wäre, so. Warum komme ich morgens zu spät? Oder, weißt du, warum kann ich mit dir nicht Abendbrot essen irgendwo im Restaurant? Da würde ich lügen und würde sagen, ja, nee, ich habe noch einen Termin, aber eigentlich, nee, muss ich nach Hause zu meinen Kindern und möchte auch nach Hause zu meinen Kindern und koche dann für die und bespaße die. Sowohl das Thema Kinder als auch das Thema Impotenz sind ja private Dinge auf einer ganz anderen Ebene. Also, bei dem einen gehst du sehr tief rein ins private Familienleben, bei dem anderen machst du dich irgendwie wortwörtlich nackig und schreibst da rein. Ich habe längere Zeit einfach keinen hochbekommen, was ja schon ein Statement ist, wo, glaube ich, auch ganz, ganz viele Menschen, vor allem Männer, ein riesiges Problem mit hätten, weil gerade das Thema Potenz ist ja so ein… Ja, aber dann denke ich, also bei der Impotenz, da können wir jetzt auch, da können wir stundenlang drüber reden, weil mich das jetzt nicht so tangiert. Ich werde von Journalisten ganz oft gefragt mit so einer großen Verwunderung, sie haben ja auch geweint, öffentlich in der S-Bahn und dann denke ich so, ja. Ja, das Thema Männlichkeit ist halt so ein großes Ding. Und dann impliziert das ja so, dass mein Gegenüber damit ein Problem hat und dann haben die auch immer, schieben die das so hin, sie haben ja dann in der Klinik gelernt zu weinen und dann sage ich immer, nein, ich weine seit 47 Jahren. Also jetzt nicht durchgehend, aber wenn was traurig ist, dann weine ich. Wenn ich einen Film gucke, der mich rührt, dann muss ich auch weinen. Und das ist ein großes Thema und ich wusste vorher nicht, dass das so, dass das die Leute interessiert, dass das so ein Thema ist. Sonst hätte ich in meinem Programm vorher schon geredet über Wein oder auch über Impotenz. Und das ist wirklich, da sind wir Männer richtig blöde. Mein Urologe sagt immer, ihr Männer oder wir Männer sind so doof, die kommen hier an irgendwie mit einem Hoden, der irgendwie fünfmal so groß ist, wie er sein dürfte. Und Männer kommen halt immer dann zum Arzt, wenn es zu spät ist. Also der Arzt sagt dann immer, ja, werden sie vor einer Woche gekommen oder vor einem halben Jahr hätten wir noch helfen können, jetzt ist es zu spät halt. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich war ja, es steht ja in dem Buch drin, ich war ja genauso verklemmt. Ja eben, es ist halt irgendwie sowas, was man dann so zurückhält aus Stolz oder aus, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es auch einfach dann als Frau, dass man irgendwann dann weiß, okay, alle halbe Jahre muss ich da hingehen. Genau, genau. Und dann macht ihr das auch, ne? Ja klar, also irgendwie, nicht alle, alle, aber schon die meisten. Ich war ja 20 Jahre lang nicht beim Urologen und so und dann habe ich da natürlich auch reinkatastrophisiert und dachte, naja, jetzt kann natürlich, weil ich dachte, ich habe Hodenkrebs, ne? Also wenn du impotent bist, keinen mehr hochkriegst irgendwie, dann denkst du natürlich sofort, also du denkst ja, du weißt ja nicht, ah, das ist die Depression. Also ich dachte vorher noch, Cholesterinwert war immer hoch, ich habe keinen Sport gemacht, ich rauche viel, so. Da denkst du natürlich sofort, okay, Nikotin, Impotenz, alles klar, steht ja auf jeder Schachtel drauf. Und ja, ich habe da rumgedruckst. Ich war 20 Jahre lang nicht da und dachte dann, weil ich ist jetzt nicht mein bester Freund geworden, der Urologe. Aber wir haben da nette Gespräche geführt, wo ich so dachte, ja, wir Männer sind einfach ein bisschen doof. Und auch da ist es vielleicht schön, dass Männer sich jetzt sagen, okay, ich gehe mal wieder zum Urologen oder ich gehe zur Darmkrebs-Vorsorge. Das ist auch so ein Ding, wo Männer dann oftmals so Witze drüber machen, ne? Ja, aber ich glaube, da jetzt auch nicht nur Männer, ich glaube, das ist für alle unangenehm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber Darmkrebs zu haben, glaube ich, ist dann noch unangenehmer als diese Untersuchung, die, ich weiß nicht, wie lange dauert, Viertelstunde oder so, und dann hast du da halt Ruhe. Und ich gehe jetzt auf die 50 zu, ich frage jetzt schon immer meinen Arzt, wann soll ich es machen? Und der sagt dann immer, jetzt hör auf, du bist 47, mach es mit 50. Es sei denn, du hast irgendwie Leute in der Familie, die das schon hatten. Dann sollte man mit 45, glaube ich, hingehen. Nächstes Tabuthema, wir springen dafür jetzt nochmal so ein paar, also eigentlich sehr, sehr viele Schritte und auch Jahre zurück. Es ist das Jahr 2009, da war es ein sehr großes Thema in deinem Leben. Und was du damals nicht wusstest, war, dass dieses Thema Alkohol ja auch schon mit der Depression zusammenhängt. Ja, ich habe, sagen wir mal, jetzt an einem Sonntag unheimlich viel trunken, also so viel, dass man sich am nächsten Tag sagt, oh Gott, das war zu viel, da musst du dich ein bisschen reduzieren. Habe ich dann gesagt, okay, ich trinke jetzt nichts mehr und am Mittwoch, das weiß ich jetzt, kam die Depression, der schwarze Hund stand vor der Tür und man war komplett scheiße drauf. Wo ich damals dachte, die Psyche ist abhängig, sodass du keine körperliche Abhängigkeit hast vom Alkohol, sondern so eine psychische und habe dann halt wieder angefangen zu trinken und so nach dem zweiten, dritten Bier, war der Gemütszustand auch wieder okay. Also da war alles klar, sodass ich dann dachte, als Küchenpsychologe, trink einfach weiter. Ja, und dann ist es halt so eine Spirale. Genau, und dann hast du natürlich zwei Probleme. Also ich hatte dann eine Alkoholabhängigkeit, eine sehr starke und die Depression auch. Vielleicht kommen wir nochmal zu dieser Kurve zurück, die wir am Anfang gezeichnet haben, diese Wellen mit dem großen Peak. Jetzt komme ich wieder mit meinen Zeiten um die Ecke, aber... Ich habe es jetzt langsam drauf. Sehr gut, sehr gut. Ich war 2020 im September für acht Wochen in der Klinik. An meinem Geburtstag am 20.11. war zu Ende. Okay, und wäre das auch der Punkt, an dem du dann eintragen würdest auf diesen Zeitstrahl, sowas wie gesund? Also das erste Mal so dieses Gefühl von, ich glaube, jetzt habe ich es überwunden? Im Nachhinein nicht, weil das ist wie so eine Operation. Wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst und dir wird der Blinddarm rausgenommen, dann gehst du ins Krankenhaus, weil du in einem akuten schlechten Zustand bist. Dir muss geholfen werden, dann wirst du operiert, dann wird dir das Ding rausgenommen, zu ihm näht und dann kannst du am nächsten Tag nach Hause. Aber der Arzt würde zu dir sagen, bitte noch nicht belasten. Also du musst erst mal ein bisschen, ein bisschen hast du noch so einen Übergang, bevor du dann wieder schwere Kisten trägst oder so. Und so ist das bei der Depression auch. Du bist mit einem ganz akuten Zustand in so einer Klinik, dir wird geholfen. Dann ist Feierabend, dann gehst du wieder raus. Und dann gab es bei mir so einen Übergang von bestimmt einem Jahr, dass du dich, also du musst dir vorstellen, als wenn du 30 Jahre eingefroren warst. Du warst weg. Jetzt wirst du wieder aufgetaut und jetzt gehst du raus und dann siehst du so, was haben die Leute da in der Hand? Wie heißt das? Das heißt Handy, so damit kann man telefonieren. Also das ist wirklich so, weil du alle Sachen, du kennst, du weißt, was ein Handy ist, hast du vorher schon gehabt, aber du nimmst die Sachen wieder wahr. Also ich weiß noch, wo ich fast zusammengebrochen bin vor Wein war, als ich am Savini-Platz war in Berlin. Das ist so ein Park, so ein Platz ist das und da sind halt Bäume. Und die Blätter fielen und ich dachte so, ach ist ja geil, guck mal, die Blätter sind ja gelb, die sind ja rot, die sind ja braun, die sind ja dunkelrot. Und dann habe ich noch, dann kam so ein Wind. Also ich habe dann diesen nassen Laub auch riechen können. Also ich habe das gesehen und habe das gerochen und war komplett überfordert. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, du siehst, dass das unterschiedliche Farben sind. Du riechst das auch und ich war fix und fertig. Das heißt, du hattest dann die Depressionen ja auch ganz anders verstanden als zum Beispiel an dem Punkt, als du die Diagnose bekommen hast. Also du bist das einmal so ja auch in der Klinik nochmal durchgegangen, sprechen wir auch gleich noch drüber. Hattest du denn vorher irgendwie schon so ein Bild von Depressionen im Kopf? Also als du die Diagnose bekommen hast, schreibst du im Buch, warst du eigentlich erstmal erleichtert, weil das Ding auf einmal einen Namen hatte. Aber Depressionen ist ja schon was, was so in unserer Gesellschaft rumwabert so. Was war dein Bild von Depressionen, bevor du wusstest, dass du eine hast? Also ich glaube, dass mein Bild von Depressionen das Bild ist, was viele Leute auch haben. Also ich stehe jetzt da und kläre auf, dass ich sage, keine schlechte Laune. Ich dachte auch, klar, das sind die Leute, die immer schlechte Laune haben. Depressiv, traurig immer, dass die immer traurig sind und so. Und ich habe mich ehrlich gesagt damit nie auseinandergesetzt, weil ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, dass wir sagen, naja, warum soll ich mich jetzt mit einer schweren Krankheit auseinandersetzen, die ich nicht habe? So ist auch ein bisschen unangenehm. Ich merke das immer, wenn ich irgendwie in einer Runde sitze im Restaurant und die Leute die Weinkarte durchgehen und mich fragen, was ich jetzt für einen Wein trinke und ich dann in einer offenen Runde mit gestärkter Stimme sage, ich bin trockener Alkoholiker seit elf Jahren. Und dann merke ich, wie die Stimmung kippt. Da ist Totenstille. Das ist eine sehr unangenehme Situation, aber nur für die anderen, weil ich dann merke, ich sehe das auch an den Augen der anderen, dass die ihr eigenes Trinkverhalten durchgehen. Und zu denken, das ist ja für mich jetzt auch schon der vierte Wein heute. Und jetzt wollte ich gerade noch eine Flasche bestellen. Sodass das unangenehm ist, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und vielleicht mit Depressionen auch. Wenn ich mich mit Depressionen auseinandersetze, dass ich vielleicht merke, vielleicht habe ich das ja auch und das möchte ich nicht. Ja und auch vielleicht, wenn man einfach gar nicht so viel darüber weiß, weil eben lange Zeit auch gar nicht so richtig darüber gesprochen wurde. Du hast ja vorhin erzählt, du hast ganz viel Zuspruch bekommen, nachdem du darüber gesprochen hast. Hast du trotzdem irgendwo dran gemerkt, dass Depressionen schon auch noch immer ein Tabuthema sind in unserer Gesellschaft, in deiner ganzen Geschichte jetzt? Absolut, das ist von Anfang an. Also das war ja schon eine Woche vor der Klinik, hat mein Manager mich gefragt, sag mal, du fährst ja da jetzt immer hin in diese Klinik. Ich fahre ja immer mit der S- und U-Bahn. Man kann ja gucken, wenn man dreimal hintereinander mit dir da aussteigt, dann sieht man, wo du hingehst. Genau, man muss dazu sagen, du hast da nicht geschlafen, sondern es war eine Tagesklinik. Genau, und relativ zentral, jetzt nicht draußen im Wald oder so. Und dann fragte mein Manager, was ist denn, wenn die Boulevardpresse sich da drauf stürzt und dich da fototechnisch irgendwie abschießt. Und dann ist so eine Wut in mir hochgekommen, wo ich dachte, was passiert da jetzt? Also da ist jemand von der Boulevardpresse, der schießt jetzt einen Prominenten ab, der schwer krank ist, der den Mut aufgebracht hat, in diese Klinik zu gehen. Was willst du da jetzt für eine Story draus machen? Was ist das für eine Story? Das ist vorführend, weißt du? Du bist krank. Aber genau so funktioniert ja Boulevardpresse leider. So funktioniert das. Und dann dachte ich, nö, dann mache ich mich offen. Das ist so wie Klaus Wovereit, der damals, bevor der Bürgermeister geworden ist, erst mal klargestellt hat, dass er schwul ist. So, bam. Ich weiß nicht, ob es da vorher schon Druck gab, ob da einer gesagt hat, haha, wir haben was rausgefunden. Und er war ja immer selbstsicher, dass er gleich als erste Amtszahlung gesagt hat, pass mal auf, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja, ist halt so diese Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Genau, da hätte man jetzt auch vielleicht, weiß ich nicht, Bilder machen können von Klaus Wovereit mit seinem damaligen Mann. Und hätte dann sagen können, haha, das zeigen wir jetzt morgen in der Zeitung. Und dann zu sagen, na mach doch. Vor allem, weil Depressionen ja tatsächlich auch verbreitet sind. Das ist eine Volkskrankheit, ich habe mal nachgeguckt. Ungefähr, ich glaube, es ist eine Schätzung, fünf Millionen Deutsche leiden an Depressionen. Das ist so die Dunkelziffer, ich glaube, dass es viel, viel höher ist. Ich glaube, ich auch. Und auch so diese Zahl, 11,3 Prozent der Frauen, fünf Prozent der Männer ist, glaube ich, auch mit Vorsicht zu genießen, weil sie erst mal sich anhört, als hätten doppelt so viele Frauen die Männer Depressionen. Frauen sprechen halt offener darüber. Es kann auch sein, dass das 20 Prozent Männer und 11 Prozent Frauen ist, weil einfach die Hälfte der Männer nicht drüber spricht. Also da glaube ich nicht dran. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte oder worauf ich hinaus wollte, es ist ja schon so, dass man in den vergangenen Jahren auch immer, immer mehr Menschen, auch prominente Menschen darüber reden hört. Wenn ich mir überlege, ich mache diese Sendung jetzt hier seit viereinhalb Jahren, wie viele Bücher ich schon auf dem Tisch liegen hatte und wie viele Menschen mir gegenüber, zuletzt Ronja von Rönne, aber auch Helene Bukowski und so, also Menschen, die einfach sagen, ja, wir reden jetzt darüber. Hast du das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg und vorsichtig gesagt auf dem Weg dahin, dass Depression vielleicht sogar irgendwann mal gesellschaftsfähiger wird? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Also das fühlt sich so an wie der Anfang so. Und hast du ja auch schon gesagt, ich bin ja nicht der Einzige, der darüber geschrieben hat so. Und ich merke halt, in der heutigen Zeit ist das, wenn ich jetzt irgendwie bei Insta poste, ich bin depressiv so, dann hätte das auch schon Aufmerksamkeit erregt. Aber es reicht halt nicht. Also ich rede ja jetzt schon über Depressionen ein Jahr lang. Also gefühlt 24 Stunden am Tag. So, weißt du? Dass du überhaupt noch ernsthaft auf meine Fragen antwortest, weil du die bestimmt alle schon 30.000 Mal beantwortest. Auf so eine perfide Art und Weise auch Spaß macht zu sagen, wir reden jetzt darüber und jetzt haben wir vielleicht einen Zuhörer, eine Zuhörerin irgendwie, die sagt, ey, kommt mir alles bekannt vor, ich gehe morgen mal zum Hausarzt. Also das ist jetzt schon tausendfach passiert, wo ich manchmal auch Angst habe, dass die Ärzte in Deutschland irgendwann überlastet sind, weil da zig Menschen vor der Tür stehen und sagen, ich muss mich mal checken lassen. Also das ist schon gut. Aber man merkt halt auch, ein Post reicht nicht. Einmal eine Sendung bei Schickrömer machen und sagen, okay, jetzt haben wir vier Millionen Klicks, weil wir über Depressionen geredet haben. Das muss dann weitergehen. Und ich habe für kein Produkt in meinem Leben so viel Werbung gemacht wie für dieses Buch. Also ich habe vor zehn Jahren schon mal ein Buch geschrieben. Dann habe ich im Vorfeld gesagt, pass auf, ich mache drei Interviews. Dann sollen die voneinander abschreiben, so Copy and Paste mäßig. Und dann ist gut. Ja, also jetzt ist es drei Wochen draußen und du hast ja wirklich eine, sagen wir mal was, eine Medientour. Ja, ja, das ist so. Also ich fühle mich momentan selber, 98 Prozent bin ich hier der Ex-Depressive und zu zwei Prozent bin ich der Komiker, wo ich irgendwann auch dran arbeiten muss, dass ich wieder zu meinem Kerngeschäft komme. Aber das ist natürlich die Gefahr, dass man dann diesen Stempel, war depressiv so. Ich nehme das gerne in Kauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich 22 oder 30 gewesen wäre, aber jetzt bin ich 47 und ich habe da keine Angst vor, weißt du? Also ich kämpfe auch gerne den Kampf nochmal, dass ich das zurückerobere, dass die Leute wieder über mich lachen. Das gehört auch dazu. Also ich hätte Alkoholsucht, komischerweise habe ich erst vor einem Jahr drüber gesprochen. Da ist jetzt die Frage auch an mich, warum hast du das nicht schon vor elf Jahren gemacht? Hätte ich mich nicht getraut. Ich hätte auch Angst, ihr habt vor Benachteiligung so. Ist ja jetzt auch so. Also bei mir, ich bin selbstständig irgendwie, ich bin mein eigener Chef so und verdiene gut Geld, habe meine eigene Sendung, bei mir läuft's. Aber das Problem ist so, dass bestimmt 80 Prozent deiner Hörerinnen und Hörer irgendwie sagen, hm, ich würde es auch gerne machen, aber ob das mein Chef auch so positiv sieht, glaube ich nicht. Und das ist das Problem. Da sind auch viele Zuschriften, die sagen, finde ich total geil dein Outing, aber bei mir niemals. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet werden, wenn in den Akten steht, die haben Depressionen. Oder wenn da alleine drinsteht, hat eine Therapie gemacht. Ja und solange man da noch nicht ist, kann man auch gar nicht drüber reden, ob es gesellschaftsfähig wird oder nicht, weil es dann eben viele Leute zurückhalten. Aber ich wünsche mir, dass man in fünf Jahren über das Interview hier laut lacht und sagt, ja hoffentlich, hoffentlich. Was waren die damals verklemmt, da haben die darüber geredet, dass man Probleme kriegt, wenn man über Depressionen spricht. Apropos lachen, das ist ja auch so ein Satz, den Menschen mit Depressionen häufig hören. Hey, lach doch mal wieder. Ich habe dich so lange nicht lachen gesehen. Du lässt dich so hängen. Du wirkst angenehmer und du bist auch viel schöner, wenn du lächelst. Du bist viel schöner, wenn du lächelst. Wo man so denkt, ja, hau mir noch eine rein. Mach die Wunde auf, Salz reinstreuen und dann noch mit Spitzhacke rein. Aber zum Beispiel aus einer, sage ich mal, gesunden Perspektive, ich kann das komplett verstehen, dass das ganz schlimm ist. Aber was ich auch verstehen kann, ist, dass Angehörige das vielleicht nicht verstehen. Und das ist natürlich, die sagen ja nicht, und jetzt noch in die Wunde rein, jetzt sage ich dem Depressiven nochmal so lachen. Die sind überfordert. Genau, aber was mich interessieren würde jetzt, du sagst, du bist kein Therapeut, aber ich finde, du kannst da ja schon Tipps geben in die Richtung Angehörige. Wie können die am besten erkennen, dass das vielleicht nicht ein Durchhänger ist von einer Person, gibt es ja auch. Es gibt auch, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Problem, da erzählst du mir jetzt schon seit drei Wochen von irgendwie, dann würde ich auch irgendwann sagen, weißt du, jetzt reicht es mal, jetzt hörst du mal auf. Ich hatte mal Liebeskummer gehabt und habe dann irgendwie fünfmal am Tag einen Kumpel angerufen, der auch gesagt hat, irgendwie nach drei Tagen, es reicht. Also jetzt reicht es. Weißt du, und das war keine Depression. Ich bin dem einfach auf den Sack gegangen irgendwie und war dann auch dankbar drüber. Das gibt es natürlich auch. Und ich verstehe das auch, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat und die finden irgendwas scheiße oder die weinen, weil sie traurig sind, dann tröstet man die. Und dann versucht man das einmal, zweimal, dreimal. Wenn man das zwanzigmal probiert, dann wird man selber auch, das ist normal, auch selber ein bisschen genervt. Und dann weiß man nicht mehr, was soll ich denn jetzt noch machen. Und dann bist du genervt und dann sagst du vielleicht, jetzt hör doch mal auf mit deiner schlechten Laune immer so. Und du hast ja dann in der Klinik auch erst so richtig herausgefunden, wie lange dich diese Depression schon begleitet, nämlich über 30 Jahre. Denkt man dann, fuck, hätte ich schon mal vor 15 Jahren hier gesessen, dann wären die letzten 15 Jahre vielleicht nicht so schlimm gewesen. Oder schaffst du das dann da irgendwie, oder lernt man das auch dann so Vergangenes vergangen zu lassen und sich da nicht zu ärgern, dass man da so lange mit gewartet hat? Ich bin halt, also das Schöne ist an der Klinik, dass du das alles aufarbeitest. Also ich bin, was meine Vergangenheit angeht, austherapiert. Also ich habe da, ich spreche zum Beispiel auch nicht schlecht über die Depression. Ich sage jetzt nicht, die Depression ist ein Arschloch oder die ist scheiße. Ja, du sagst, es ist eine stinkende Hexe, die auf deinem Brustkreis. Genau, wenn du akut in dem Zustand bist, dann ist es wirklich die stinkende alte Hexe, die nach Scheiße stinkt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich so, nee, ich werde mich nicht hässlich über die Depression äußern, ist vorbei. Und es ist dann auch die Aufgabe eigentlich, glaube ich, nur für Depressive zu sagen, ach Gott, die Vergangenheit war so schlecht, ich habe mein ganzes Leben verloren. Weil das ist Depression, dass du immer, du bist in der Vergangenheit und sagst, das war alles scheiße. Du guckst in die Zukunft und sagst, und es wird auch alles scheiße bleiben. Und das Problem ist bei Depressiven, dass du niemals in der Gegenwart lebst. Das haben wir über Wochen gelernt, einfach, dass wir gesagt bekommen haben, also durch Therapie, durch Achtsamkeitsübungen, durch geführte Meditation, dass wir jetzt und hier auf dem Boden liegen, atmen und das ist jetzt. Was jetzt gestern war, ist scheißegal, was morgen ist, können wir nicht beeinflussen. Hör mal jetzt in dich rein, wie es dir jetzt gerade geht. Und vielleicht bemerkst du dann, dass es dir scheiße geht, dann ist das halt so. Gegenwärtig, jetzt fühle ich mich scheiße. Machst du die Übung nochmal morgen, irgendwie geht es ja vielleicht ganz anders. Wir gehen jetzt trotzdem einmal noch in die Vergangenheit zum Schluss. Was würdest du dem 25-jährigen Kurt oder Alexander, was würdest du ihm sagen, wenn du ihn jetzt nochmal treffen könntest und der fängt jetzt erst sein Erwachsenenleben an, was wäre dein Rat an den? Hör auf zu saufen. Hör auf jeden Fall auf zu saufen, weil mach dir da nichts vor. Denk jetzt nicht, wenn du Alkohol trinkst, bist du der bessere Künstler oder dann bist du, weiß ich nicht, dann wirkt es besser oder du erfüllst dann diese Klischee. Also der Alkohol ist das Einzige, wo ich denke. Es gab unheimlich schöne Feste, die ich nicht müssen möchte. Es gab schöne Abende irgendwie. Es gab auch Tage, die schön waren unter Alkohol. Aber es gab halt auch unheimlich beschissene Sachen, wo ich so im Nachhinein sagen würde, ich bin jetzt elf Jahre trocken. Ich muss immer aufpassen, weil es eine Krankheit ist. Bis zum Lebensende muss ich aufpassen, dass ich nicht rückfällig werde. Aber ich habe auch nicht so das Bedürfnis. Also ich habe unheimlich viel vorgetrunken schon und denke dann zurück und denke, schöne Tage, aber auch schlechte. Also nicht wiederholen. Und das würde meinem jungen Ich sagen, hör auf zu saufen, konzentrier dich auf deine Kunst. So, das war ein kleiner Einblick in dieses Buch hier. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst von Kurt Krömer. Danke dir, dass du heute hier zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich auch dafür. Ja, danke dir, dass wir drüber sprechen konnten. Ja, danke dir, dass wir drüber sprechen.